Der Fragesatz Was? Was ist das? Eine Kreditkarte. Wer? Wer ist das? Eine Kollegin. Wem? Wem kann ich vertrauen? Deinem Bruder kannst du vertrauen. Wen? Wen vermisst du? Meine Freundin. Wessen? Wessen Auto ist das? Das ist das Auto meines Vaters. Wann? Wann fährt der Zug? In 45 Minuten. Wo? Wo ist der Bahnhof? Gegenüber vom Postamt. Wohin? Wohin gehst du? Wo gehst du hin? Ich gehe nach Hause. Woher? Woher kommst du? Wo kommst du her? Aus Leipzig. Warum? Warum hast du das getan? Weil ich keine andere Wahl hatte. Wie? Wie war der Film? Er war sehr langweilig. Welcher? Welche? Welches? Welcher Bus ist das? Der, der nach Köln fährt. Welche Karte ist das? Das ist die Karte für Zimmer 21. Welches Kino ist das? Das Kino am Marktplatz. Los National Media dann eine Karte ist das Karte, wenn eine Eccision del Wettbewerb Lincoln gibt es ein Karte. Aber eine Karte ist das Karte. Was Zitzen文句的答案通常是 ja oder nein. Dann dann問一個 vor定的文句是, 例如, gefällt es dir nicht? 你可以簡單說, nein,表示你同意. 如果你不同意,你不能說 ja, 因為答案不夠清楚. In此你要用的詞是 doch. Gefällt es dir nicht? Doch, es gefällt mir. 作詞・作曲・編曲 李宗盛